Die Geschichte von CUBE beginnt 1993 in Waldershof im bayerischen Fichtelgebirge, wo sich bis heute die Firmenzentrale befindet. Hier entwickeln, testen und bauen wir alle Produkte mit dem Namen CUBE. Bis heute führt unser Gründer Markus Pörner das Familienunternehmen. Für die CUBE-Familie arbeiten mehr als 1200 Menschen. Mit über 2500 Stores sind wir in über 70 Ländern vertreten und verkaufen pro Jahr mehr als eine Million Fahrräder. Aber es geht uns nicht um die Menge, sondern darum es richtig zu machen. Mit Herzblut und Know-how Bikes zu entwickeln. Visionen mit Leidenschaft umzusetzen und modernste Technologie mit langjähriger Erfahrung zu kombinieren. Prototypen aufs Maximum zu testen und zu perfektionieren. Unser Design-Team setzt jedes Jahr neue kreative Trends bei Farben und Formsprache. Die Sicherheit und Langlebigkeit stehen bei unseren Produkten im Mittelpunkt. An 29 speziell angefertigten Prüfständen in unserem eigenen Testlabor werden die Bikes auf Herz und Nieren geprüft. Hier wird weit über die erforderlichen Standards hinaus von der Bremsleistung bis zur maximalen Belastbarkeit des Rahmens getestet. Rund um die Uhr, bis wir mit dem Ergebnis zufrieden sind. Denn wir wollen Produkte herstellen, von denen wir absolut überzeugt sind. Leistungsstark, innovativ, sicher und bewegend. Aber es geht nicht nur um Bikes. Unser Team entwickelt auch Zubehör und Bekleidung nach denselben hohen Standards. Wir setzen auf eine enge Zusammenarbeit mit unseren Athletinnen und Athleten. Ihre Expertise spielt eine wichtige Rolle bei der Entwicklung all unserer Produkte. Ob auf den härtesten Downhill-Strecken im Weltkampf, technisch gespickten Cross-Country-Rennen, den extremen Etappen der Tour de France oder der legendären Triathlon-Weltmeisterschaft auf Hawaii. Unsere Athleten können sich zu 100% auf unsere Produkte verlassen, um im Wettkampf Höchstleistungen zu erreichen. Im Gegenzug setzen wir auf ihr wertvolles Feedback in unserem Streben nach perfekten Produkten. Am Ende machen kleine Details den Unterschied. Und diese Details sind es, die ein Cube zu einem Cube machen. 2015 eröffnete unser 35.000 Quadratmeter großes Fahrrad- und Logistikzentrum. Hier finden die Rahmenvorbereitungen und die Fahrradmontage statt. Neben neuester Produktionstechnologie setzen wir auch auf automatisierte Prozesse. So stärken wir unseren Standort. Mit fünf Montagelinien für die Rahmenvorbereitung, drei für die Endmontage, einer für Spezialprodukte und einer nur für Lastenräder, können wir täglich bis zu 5000 Bikes produzieren. Von Rennrädern und Mountainbikes bis hin zu E-Bikes und Lastenrädern. In unserem Logistikzentrum können wir bis zu 180.000 Bikes einlagern. Somit können wir auf die Bedürfnisse des Marktes reagieren. Denn die enge Zusammenarbeit mit dem Fachhandel ist die Grundlage unseres Erfolgs. Am Ende entwickeln wir nicht nur Produkte. Wir schaffen Begleiter für Reisen, Partner für Abenteuer und Alltag, Verbündete im Training und Wettkampf. Denn es geht uns nicht um das Produkt, sondern um das, was du daraus machst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017